Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Show Family Simulator 22 In Elmen Creek geht es jetzt weiter So Wir müssen da mal eben hinfahren Wir können auf den Hof fahren jetzt Ich könnte die anderen Düngerstreuer noch nehmen Ah, ich weiß was noch füllt Ich weiß was noch füllt Das war ein Hänger für den kleinen Ich fülle ich auf jeden Fall nicht Volo, Bussen, Gewicht Definitiv Für den da Wo ich den Honig und so weg räumen muss Genau das nämlich Wir brauchen nämlich den Hänger Und auch hier apropos Bevor ich das vergesse Elektroauto Wir brauchen noch eine Elektro-Tankstelle Elektro-Ladestationen Ja, wo stellen wir dich denn am besten hin Elektro-Ladestationen Ja hier vorne hin Am besten Einmal das Das brauche ich jetzt gerade wieder nicht Einmal gucken, ob ich das nicht schon hab Zum Kursor Zum Kursor Zum Kursor Zum Kursor Zum Kursor Hier hin stellen Einen Und einen Und einen Stell ich mir hier hin Doppelt Geh mal bitte halt besser So Da brauche ich noch so einen Anhänger Ganz wichtig So einig Ich bin schon Schlaube Was ist das Die viele Gefühle In der Gerose Von mir Ja Hm 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 Ach nee, ich hab hier den LKB Ich hab hier noch dafür geholt gehabt Ich hab hier noch dafür geholt gehabt Stimmt 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 ja Da hat eben den LKB wieder viel geholt gehabt Ah, da müssen wir mal gucken Muss man mal eben gucken Muss man mal eben gucken Farbe oder Ob da was drin ist Ob da was drin ist Ah, hier hab ich ja noch die Maisflugung Und den Sonnenblumen Für Sonnenblumen und Mais Das ist Das ist Das ist Ich hab hier noch auf sauer Ich hab hier noch Säu Das ist Drei Eine Ja Das ist Wohin ig Was macht der da jetzt dahinter im Parken? Mal gucken was ich hier drin habe. Den kann ich natürlich nicht schälen, ist ja klar. Aber hier dürfte ich ja nichts drin haben. Dann brauche ich noch ein Alkohol. Oder ein Drucker mit Anhörkupplung. Aber komm. Aber nicht da. Obwohl ich jetzt eigentlich nicht... Und da bin ich... ... 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 auf uns Na ja, das muss ich anders machen, das muss ich anders machen, das muss ich wirklich anders machen von der anderen Seite. Ich dachte, da wäre nur eine gute Stunde. So, jetzt ist es drauf. Aber jetzt kommst du hier nicht runter, das ist eine doofel Stunde. So, jetzt kommen wir mit dem Kornos. Oh, halt! Was ist hier drauf? Oh, halt! Ein bisschen schiebeln das mal. Oh komm, geht auch so. Geht auch so. Untertitelung. BR 2018 Wollen wir schon passen? Wollen wir schon passen? Wollen wir schon passen? Wollen wir auch noch extra Kohle? Wollen wir schon passen? 45 Millionen, haben wir schon genug Kohle? Der Haltemotor muss man anlegen, was der denn aufhauen muss. So, ich bruch das Ding dann hier schlusslich. Ne, da will ich nicht hin. Warum hältst du hier? Warum hältst du hier? Das ist auch Feld Nr. 4. Feld Nr. 4. Feld Nr. 4. Das kann doch nicht sein. Das ist aber noch da unten. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Hoffentlich fällt auch dahin, wo er hinfahren soll. Ich habe hier in der Drehöl gespumpt. Da müssen wir vorne schmerzen. Da muss ich noch nicht getrunken. Glücklicherweise. Ich habe hier auf den Hof vor. Ich habe hier auf den Hof vor. Ich habe hier auf den Hof vor. Aber ich stelle mir trotzdem da vorne ab. Und da brauche ich ihn nicht. Der hat ja noch vollen Stiecher vorne ab. Und da war ich doch schon richtig. Muss mal gucken können. Und auf der Straße sind das nur... Und jetzt wird das... Der Spiegel wieder. So. Wir haben müssen wir1000 km umертвihen. Oben. Zuhause. Wir sind durch 80 km, Schreiber. Das ist das Ministry. Und die stellen wir hier mit hin. 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 Und die stellen wir mit hin. Und die stellen wir hier 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 mit hin. Das ist auf der Seite. So ein paar Mal. 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 Der passt dann schon nicht hin. Der passt dann schon nicht da hin. So, das ist schon eingeladen und hinten mal noch der Honig. Den wir wegrollen müssen, weil er sonst zunächst mal nichts mehr hinstellen kann. Den müssten wir auch mal von anderen Satos nehmen. Komm, egal. Ich halte. So, das ist eigentlich funktionierbar. So, wir haben hier noch alles eingeladen. Jetzt haben wir alles eingeladen. Oh Gott. Lass mal einloggen und hinten. Jetzt kann ich hier natürlich nichts... Jetzt kann ich hier natürlich nicht weitermachen. Wenn es ja regnet. Da kann ich auch nicht weitermachen. Und dann war es da schon fertig. Na gut. Jetzt wird mal saugen. Durchspute ich erstmal ein bisschen vor. Ja, da fällt hier noch ein kleines Stück. Die Sorte war volltig. Die Sorte war volltig. Sputzen. Wir können mal zauberlicht. Dunkel ist schon klar. Die Sorte war volltig. Die Sorte war volltig. Dann kann ich lieber noch mal drauf. Sputzen. Ruben. Dunkel. Ja. Und jetzt ist es fertig. Dann kannst du von hier aus auf die Bergstadt fahren. Dann kann ich die Schlosswunder auch mal fahren. Ach du musst jetzt sowieso hier unten. Das ist egal. Auch da kann ich uns immer fahren. Oder kann ich das mal selbst fahren. Oder kann ich die Schlosswunder auch mal fahren. Jetzt ist das gleiche vorne. Jetzt ist das gleiche vorne. Stimmt ja. Das stimmt ja. Das gucken wir mal ja fertig, das muss ich dann gleich noch machen, das bisschen, boah, das schön klemmern, so machen, genau, na gut, na gut, na gut, wenn es so weit gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Like da lassen, meinen Kanal abonnieren, mir auf Twitter folgen oder auch auf Twitter unter Darius Blöcky, bedauke mich nochmal ganz herzlich für Schusschauen, bis zur letzten Folge dann, und Tschüss.